Animiertes Logo Oppelner Land mit Geschmack Der Koch kloppt sich das Mehl von den Hennen, rollt den Teig aus und bereitet schlesischen Kollotch zu. Er nimmt den fertigen Kuchen aus dem Unten, der Bienenzüchter nimmt eine Honigwaage heraus, das Paar geht die Weinberge entlang. Es erscheint die Aufschrift mit Geschmack entdecken, die Schönheit der Ruhigotschaft Oppeln entdecken. Der Koch begießt die rote Rübe mit Zitronensaft. Auf dem Teller präsentiert er den Oppelner Karpfen. Chilischoten fallen neben traditionellem Ziegenkäse. Sonnenuntergang am Niskirsee. Die letzte Tafel mit Logos, die in einer Zeile von links angeordnet sind. Eine dunkelblaue Flagge, in deren Mitte sich ein Kreis aus goldenen Sternen befindet, die die Mitgliedstaaten darstellen, und daneben die Aufschrift Europäische Union. Blaues Wappen, das einen goldenen Adler mit ausgebreiteten Flügeln darstellt und die Aufschrift Selbstverwaltung der Wojvotschaft Oppeln durch eine vertikale Linie getrennt. Trauerweide im Vordergrund und zwei hellgrüne Trauerweiden im Hintergrund und daneben die Aufschrift Nationales ländliches Netzwerk. Rote Ehren auf grünen Feldern in der Krone der blauen EU-Sterne mit einem weißen Landhaus im blauen Kreis und daneben das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 2014-2020. In der Mitte der Schautafel befinden sich folgende Aufschriften. Europäischer Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums. Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. Operation mit dem Namen Oppelner Land. Aktiv und schmackhaft. Sie wird von der Europäischen Union im Rahmen des Schemas 2 der technischen Unterstützung des EPLR 2014-2020 mitfinanziert. Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum für den Zeitraum 2014-2020 Minister für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Für den Inhalt ist das Marschallamt der Wojvotschaft Oppeln verantwortlich. Ende.